Wenn auch du regelmäßig vor Bildschirmen sitzt und gemerkt hast, dass sich deine Sehkraft irgendwie verschlechtert hat, dann ist dieses Video hier sehr wertvoll für dich. Denn ich verrate dir nicht nur in diesem Video, sondern generell hier auf diesem Kanal alles zum Thema Augengesundheit, wie du deine Sehkraft schützen kannst und natürlich auch, wie du sie wieder verbessern kannst. Wenn dich das interessiert, gib gerne einen Daumen nach oben hier für dieses Video und auch gerne den Kanal abonnieren, um keine weiteren spannenden Videos mehr zu verpassen. Und ich möchte dir heute zeigen, wie du deine Sehkraft trotz der vielen Bildschirmarbeit schützen kannst. Denn ich habe es tatsächlich selber mal am eigenen Leibe erlebt, ja. Denn auch ich hatte mal eine Brille und ich weiß, wie nervig das ist, die Brille ständig tragen zu müssen. Und ich hatte wahrscheinlich den gleichen Punkt wie du, dass ich einfach viel zu viel Zeit vor Bildschirmen gesessen habe und dadurch sich meine Augen schrittweise immer weiter verschlechtert haben, sodass ich quasi irgendwann nicht mehr so gut in die Ferne gucken konnte und alles irgendwie so unscharf war. Und ich habe herausgefunden, wie man dieses Problem ganz einfach in relativ kurze Zeit, sechs bis zehn Wochen kannst du so ungefähr einplanen, für roundabout zwei bis drei Dioptrien. Und diese Zeit kannst du aber effektiv nutzen und diese Zeit solltest du dir aber auch unbedingt einplanen, denn es ist definitiv möglich, seine Sehkraft schnell zu verbessern. Und natürlich weißt du sicherlich auch, dass zu viel Bildschirmzeit schlecht für deine Augen ist, aber ich möchte dir dennoch einen Tipp geben, wie du trotzdem deine Sehkraft verbessern und auch schützen kannst, auch wenn du an der Zeit, an der Bildschirmzeit nicht wirklich was veränderst. Es gibt eigentlich nur drei wichtige Sachen, die man unbedingt beachten muss, wenn man sehr viel Zeit vor Bildschirmen verbringt. Zum einen ist das die sogenannte 20-20-Regel. Es ist ganz einfach zu merken, denn du musst ja einfach nur einen Wecker stellen, denn alle 20 Minuten musst du für ungefähr so 20 Sekunden mal weggucken von deinem Bildschirm. Das ist ein ganz einfacher Tipp, den kann man auch super integrieren und an den kann man sich auch super erinnern. Du kannst natürlich auch die Zeit ein bisschen nach hinten anpassen, wenn es nur 40 Minuten ist, wo du mal wegguckst oder auch in kürzeren Abständen ist es natürlich auch besser. Aber generell solltest du dir merken, dass du alle 20 Minuten für ungefähr 20 Sekunden einfach mal wegguckst in die Ferne. Und sobald du das machst, hast du schon mal einen wichtigen Schritt getan, denn dadurch sind deine Augen nicht mehr so starr auf diesen einen Punkt fokussiert. Denn was passiert, wenn wir die ganze Zeit in den Nahbereich gucken? Unsere Augen fokussieren die ganze Zeit den einen und selben Punkt an. Und dadurch, wenn du jetzt mal variierst, dein Handy vielleicht mal weiter weg hältst, wirst du auch schon merken, dass deine Augen da plötzlich mal wieder ansprechen und wieder neu arbeiten müssen. Wenn du diesen Effekt gerade gemerkt hast, dann wirst du auch sicherlich schnell merken, wie auch Augentraining bei dir positive Ergebnisse erzielen kann. Und das ist schon mal der erste Schritt, den du unbedingt machen solltest und auch dir merken solltest. Der zweite Schritt, den kann man sich auch sehr einfach merken. Und zwar, wenn eine Überanstrengung generiert, egal ob das beim Auge ist oder sonst beim Körper, man braucht immer auch Entspannung. Entspannung. Und unser Auge wird dann nur schlechter, wenn es dauerhaft überanstrengend ist und es dauerhaft sozusagen überlastet ist. Demzufolge müssen wir, mit einer ganz einfachen Technik, unsere Augen mal entspannen. Und da empfehle ich dir auch, das einfach mal regelmäßig am Tag einzubauen. Je öfter du das machst, desto besser ist es natürlich. Aber grundsätzlich solltest du zwei bis drei Mal am Tag das Ganze wirklich auch einplanen. Und zwar, ich rede über das sogenannte Palmieren. Dieses Palmieren ist eine Erfindung von einem Augenarzt, einem Dr. William Bates, der hat das ganze Augentraining auch sozusagen erfunden, nenne ich das mal. Der hat herausgefunden, dass das Auge gar keine Konstante ist und demzufolge eine Brille ja auch gar keine wirkliche Behandlung ist, weil eine Brille ist ja immer konstant und das Auge ist mal besser, meistens wieder ein bisschen schlechter. Unsere Brille kann sich halt an diese Variation nicht anpassen. Und er hat sozusagen auch dafür eine Übung erfunden, dass sich immer unsere Augen einfach häufiger wieder entspannen. Dafür nutzen wir nur unsere beiden Hände und reiben sie aneinander, dass sie richtig warm werden und wir schließen unsere Augen. Und wenn sie unsere Hände schön warm sind, legen wir unsere warmen Handflächen auf unsere geschlossenen Augen. Atmen einmal tief ein und aus. Das kannst du gerne mit mir jetzt mitmachen. Ja, wir machen das Ganze nochmal. Reiben die Hände aneinander, dass sie warm werden. Schließen unsere Augen, legen sie auf unsere geschlossenen Augen. Atmen tief ein und wieder aus. Super. Und wenn du das gemacht hast, wirst du auch merken, dass die Helligkeit an deinen geschlossenen Augen Stück für Stück nachlässt. Ja, also du wirst merken, dass sie wahrscheinlich ganz gräseln am Anfang und es wird immer weniger und immer dunkler. Und du kannst dir zusätzlich auch nochmal die Farbe schwarz einfach mal sinnbildlich vorstellen, weil dann entspannst du zusätzlich deine Augen. Und wenn du dann keine gräselen Blitze oder sonstiges mehr siehst, dann weißt du auch, dass dein Auge vollständig entspannt ist. Und diese Übung kannst du wirklich überall anwenden. Egal, ob du in der Bahn sitzt, auf der Arbeit sitzt, in der Schule sitzt oder auch einfach zu Hause. Wenn du merkst, dass deine Augen überlastet sind, beispielsweise wenn sie anfangen zu drücken, zu schmerzen, trockene Augen, ja, dann kannst du diese Übung immer anwenden. Und dazu brauchst du wirklich wenig Zeit und die kannst du auch überall anwenden. Und die dritte Übung, da machen wir jetzt mal ein bisschen mehr Augentraining, ja, dazu brauchen wir eigentlich nur einen Stift. Ich habe mir jetzt mal einen genommen mit einer kleinen Aufschrift. Ich hoffe, das siehst du, ja. Und diese kleine Aufschrift, die halten wir mal direkt vor uns. Und dadurch, dass wir unsere beiden Augen auf diesen absoluten Nahpunkt fokussieren, wird der Hintergrund komplett unscharf, ja. Und wenn wir das jetzt mal machen, das machst du einfach mal mit mir mit, ja. Du schaust in einem sehr nahen Bereich auf die beiden, mit beiden Augen auf den Punkt. Du siehst wahrscheinlich bei mir, dass die Augen sich nach innen drehen. Und für mich ist der Hintergrund komplett unscharf, ja. Und jetzt machst du einen ganz einfachen Trick. Du guckst jetzt an dem Stift vorbei oder was auch immer du gerade in der Hand hast und guckst einfach mal in die Ferne. Und du wirst plötzlich merken, dass es zwei Stifte plötzlich vor dir sind, ja, weil du quasi in die Ferne guckst und unsere Augen quasi gerade ausschauen. Dadurch sehen wir sozusagen direkt vor uns jetzt zwei Stifte. Und diesen Wechsel machen wir uns jetzt zunutze. Denn dadurch, dass unser Auge jetzt einmal in die Ferne scharf stellt und wieder in die Nähe, wenn wir es direkt vor uns halten, und das jetzt alle 10 bis 20 Sekunden mal wechseln, ja, wieder in die Ferne gucken und wieder in die Nähe. Und du wirst irgendwann merken, dass dieser Wechsel sich immer schneller gestaltet, ja, dass dein Auge immer schneller scharf stellen kann, sozusagen der Autofokus von unserem Auge. Und das hilft dir, auch wenn du lange Zeit vom PC sitzt, dass du wieder schneller in die Ferne scharf stellst. Am Anfang ist es nicht wichtig, dass du das in der Ferne gestochen scharf siehst. Das ist erstmal da nur wichtig, dass du quasi dein Auge gerade sagst, wir wollen jetzt in die Ferne gucken, wir wollen jetzt wieder im Nahbereich gehen. Und durch diesen Wechsel trainieren wir quasi das erste Mal unsere Augen. Und das kannst du einfach, wie gesagt, auch super einfach in deinen Alltag integrieren. Das sind so die Tipps, die du machen kannst, um wie gesagt deine Augen und Sehkraft zu schützen. Wenn du genau wissen möchtest, wie das Augentraining funktioniert, ob es für dich auch funktioniert, dann schau mal unterhalb des Videos. Dort habe ich den Link zur Verfügung gestellt. Dort kannst du mit dem Augentraining kostenlos anfangen. Ich habe einen Workshop ins Leben gerufen, den ich regelmäßig abhalte. Dort kannst du dich kostenlos, wie gesagt, anmelden. Dort machen wir gemeinsam ein paar Übungen. Da kriegst du nochmal ein bisschen mehr Background-Informationen, wie das Augentraining überhaupt funktioniert, wie es aufgebaut ist. Und wie gesagt, da kannst du auch herausfinden, ob und wie gut es bei dir auch funktioniert. Und ich werde dir einen kleinen Hinweis verraten. Die meisten meiner Teilnehmer haben es wirklich geschafft, zwischen 6 bis 10 Wochen, 2 bis 3 Dioptrien sich zu verbessern. Und wenn du dabei sein möchtest, wie gesagt, einmal unterhalb des Videos, einmal auf den Link klicken und dich kostenlos registrieren. Und dann kannst du auch mit mir, mit dem Augentraining, schon mal direkt kostenlos starten. Ansonsten würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du diesen Kanal hier abonnierst, gerne einen Daumen nach oben gibst. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao.